ABBA-Sängerin Agneta Felsgurk ist Jungmutter geworden. Mit 22 Jahren bekam sie ihre Tochter Linda Ulveus. Agneta und ihr Mann Björn Ulveus, auch ein ABBA-Mitglied, bekamen fünf Jahre später ihr zweites Kind, Sohn Peter Christian. Linda sieht ihrer Mutter heute extrem ähnlich. Das blonde Haar und die Gesichtszüge erinnern stark an Agneta. Linda Ulveus nahm im Alter von sieben Jahren mit ihrer Mutter ein Album auf, das 2005 auch als CD veröffentlicht wurde. Außerdem spielte sie dem Musical Christina von Duvemöller mit, das ihr Vater produzierte. Doch anstatt in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, entschied sich die Blondine für die Schauspielerei. In Schweden ist sie eine erfolgreiche Darstellerin und spielte schon am Theater sowie in einigen schwedischen Serien mit. Linda ist verheiratet und hat drei Kinder. Zusammen mit ihrer Familie wohnt sie auf dem Anwesen ihrer Mutter auf der Insel Helge. Hum v und zum Vielen Dank.